Hey Freunde, kommen wir zur Sunny Woche 10 Herausforderung, füge Dr. Sloan Schaden zu. Insgesamt müsst ihr 50 Schaden machen. Ich zeige euch mal kurz, wie ihr die Aufgabe am schnellsten erledigt. Dazu landet ihr am besten hier seitlich bei Corny Complex, da wir erstmal eine Waffe looten müssen. So, wie gesagt, hier seitlich landen. Kurz eine Waffe looten und dann laufen wir auch schon rüber in Richtung Rote Scheune. Denn wir müssen hier unten zu dem Eingang hin. Da hört man schon rumballern. Wir müssen hier unten reinlaufen. Gehen wir die Waffe auch noch kurz mit. So, und dann gehen wir hier einfach um die Ecke und dann haben wir da schon Dr. Sloan. Jetzt knallen wir hier einfach ein paar mal drauf. Normalerweise wäre die Aufgabe jetzt schon abgeschlossen. So, wir gehen kurz einmal hier ein bisschen in Deckung. So, und wie ihr oben seht, ist die Herausforderung damit auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.